Vergesst alles, was ihr über Termin, Kalender, Daten und sonst was wisst. Das braucht ihr nicht. Ihr könnt es nicht... Das ist eigentlich das Ding. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, diese ganzen Tonspuren rechtzeitig von diesen Leuten zu bekommen. Versucht mal, Simon Unge zu erreichen. Der wohnt auf einer Insel, Digga. Der macht sein Handy einmal am Tag an, um Crash or Clans zu spielen, Digga. Wir schauen mal rein, wie er das in einer Woche umgesetzt hat, wirklich. YouTuber sind die unzuverlässigsten Leute der Welt, wirklich. So, schauen wir mal, Markus. Wie hast du es geschafft? Also ich finde jetzt hier keinen 3D-animierten Among Us-Kurzfilm. Das wäre gerade übel interessant, so, ne? Ich habe ja schon seit einer Ewigkeit wirklich Bock, so einen kompletten 3D-Animations-Kurzfilm, so ein 5-Minuten-Ding oder so, in einer Woche zu machen. Und ich habe ja immer das Modeling, aber ich wusste nicht mit was. Weil die meisten Sachen sind halt super komplex zu animieren. Aber diese Among Us-Figuren sind ja recht einfach, auch zu modellieren. Und mit dem Raumschiff hast du direkt ein Setting, was halt übel geil ist. Wollen wir einfach nächste Woche die Projekte, die wir eigentlich machen wollten, schieben und das machen. Ich habe da Herr Bock drauf gerade. Das wäre schon saukool, ne? Frank, Marius und Passi, Kuss auf eure Augen, ihr beiden. Among Us, Kuss in einer Woche. Let's fucking do it. Es ist endlich soweit, ich bin so fucking hype, es ist Freitag, der 23. Oktober und dieses unmögliche Projekt geht jetzt los. Weil Freunde, wir hatten nämlich jetzt noch die letzten Tage die Idee, so beim Animationsfilm brauchst du ja Synchronsprecher für die Figuren. Weil wir dachten so, wie geil wäre es denn, wenn diese ganzen YouTuber, die halt eh Among Us spielen, sich selbst spielen und sprechen würden. Dann habe ich mal so ein paar Leute rumgebracht. Ich bin auch so dankbar, dass ich dabei sein durfte. Und wir haben einen Cast. Alter, auf jeden Fall dabei ist. Ju, Revi, Sascha, Papaplatte, Unge, Reift. Angefragt haben wir noch Trimax und Knossi. Ich spiele auch noch eine Rolle mit. Das ist ein Cast, Leute, das habe ich noch nicht gesehen. Da muss man auch mal sagen, krank, dass er sich selber nicht so eine fette Hauptrolle gegeben hat. Auch nochmal, Marius ist so ein Humble-Typ. Marius ist so ein Humble und down-to-earth-Guy und der underestimiert sich immer noch selber ein bisschen. Marius ist ein krasser Ficker, was Musik und DJing angeht. Holy shit, Bro, du bist ein Biest. Der ist ein Biest, was Kamera und Animation und alles angeht. Marius ist einer der down-to-earth-sten Menschen. Komische Wortwahl, aber existiert. Down-to-earth-sten Menschen, die ich kenne, Digga. Ja, wirklich. Also krasser Ficker, krasser Dude, 100%ig verdient. Und ich bin dir wirklich sehr, 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 sehr dankbar, Bro, dass du mich hier gefragt hast, Alter. Wirklich. Ich bin einfach nur sprachlos, was du da abgeliefert hast. Wirklich. Komische Wortwahl mit CH. Ja, moin. Wir haben halt nur heute Zeit, um das Script zu schreiben. Oh Gott, das Script muss halt richtig gut werden, ne? Und da wir jetzt eh schon so einen Cast haben aus Leuten, die es halt wirklich gibt und die auch viele Mongas gespielt haben, werden wir jetzt bei Script auch uns extrem von so den geilsten Gameplay-Momenten irgendwie inspirieren lassen. Die so ins Drehbuch mit einfließen lassen. Das wird safe ziemlich geil. Wäre es nicht cool, wenn du vielleicht so ein bisschen was Musik und Sounddesign machen könntest, Vince? Wäre das nicht eine Idee? Also, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren, ne? Digga. Ich habe so Bock auf Yauzer 2, Vince. Ich habe dich im Auge. Denk dran. Und ich muss auch noch einen Distract gegen Trimax machen, Vince. Hey, ich warne. Wenn du wieder so scheiß viel Details reinbaust, ne? Komm ich nach Köln und reiß dir den Arsch auf. Trimax hat gerade geschrieben. Passt, er ist auch dabei. Jetzt fehlt er tatsächlich nur noch Knossi, ne? Alter, yo. Das Script wird auch echt cool. Wir sind jetzt so bei Seite 2. Aber es ist echt auf jeden Fall tricky, dass es so eine Sinn... Auch krank, dass er es geschafft hat, beide Videos an einem Tag noch zu releasen. Das muss man sich mal vorstellen, Digga. Das ist so ein smarter Move. Ich hoffe, Elhamdulillah, dass du heute 50.000 Abonnenten an einem Tag machst, Marius. Eine volle Runde ist und alle irgendwie auch coole Parts haben. Aber, äh... Ey, geil, dass Trimax jetzt auch einfach dabei ist. Sascha läuft an Admin vorbei. Knossi schafft endlich die Karte. Oh, baby, first try. So, nach so knapp 5,5 Stunden ist die erste Version vom Script fertig. Fünf Seiten. Jetzt werde ich alle neuen Charaktere einmal selber einsprechen, damit wir es aneinanderschneiden können und gucken, ob der Flow funktioniert und wie lange das Video dann ungefähr wird. Okay, nice, nice, nice. Ich werde meine beste Stimmimmunitation auspacken. Als ob hier irgendwer irgendwen umbringt. Digga, was ist denn hier los? Digga, ist das aber keiner reden? Die ganzen Aufnahmen habe ich jetzt hier in Premiere und zusammengeschnitten. Das ist ja so aufwendig. Das ist ja alles, was man gar nicht bedenkt. Dass der das auch alles vorher gemacht hat. Und Marius, du bist... Ach, Digga, also du bist... Also, Bro. Jede Farbe ist quasi ein Mensch. Zum Beispiel. Wie kann ein Mensch so pieken? Wie kann ein Mensch so pieken in Performance? Du bist das krankste Arbeitstier, was ich kenne. Dieses grün hier ist Trimax. Oder dieses mango-farben hier ist Reef. Habe ich geschätzt, wird so viel Minuten lang der Film? Der erste... Einfach ein krasser Ficker. Einfach ein krasser Ficker, wirklich. Der muss... Der hat 20 plus, Leute. 20 plus Zentimeter, sage ich euch. Das Schnitt ist 7 Minuten 10, Pasi. Wir werden komplett verrecken. Wir werden jetzt einmal nochmal das komplette Ding durchhören. Das ist ja auch nochmal so nice geschnitten. Wisst ihr, was ich meine? Und dann geht es an die Pre-Resualization. Das heißt, wir gehen ins 3D-Programm und machen eine ganz grobe Repräsentation von jedem Shot, den wir später machen wollen, und damit wir so eine Art Anleitung uns selbst bauen, was wir später animieren wollen, damit wir nicht einfach ins Blaue rein animieren. Wir haben glücklicherweise ein Model von der Karte im Internet gefunden. Das heißt, da können wir schon mal drauf aufbauen. Und wenn ich quasi die Preview-Shots mache und mir überlege, wie filmen wir was und ich das ganze Licht mache, sitzt der Pasi hier dran und designt gerade die Charakter. Zum Beispiel Unge. Krass, dass Pasi sowas kann. Pasi, du bist auch so ein kranker Typ. Holy Shit, Bro. Du hast auch 20 Zentimeter plus, mindestens. Bekommt so ein Schley-Amongas-Charakter, den wir jetzt komplett neu gemodelt haben. Ich werde jetzt währenddessen die erste Szenen in der Cafeteria machen, wo quasi alle zusammensitzen, diskutieren, weil der Hausmeister halt gerade gestorben ist. Und heute müssen wir auf jeden Fall noch die kompletten sieben Minuten, Alter, das ist so viel, die kompletten sieben Minuten Preview, damit wir morgen halt an die ganzen Leute das rausschicken können, und damit ihre Audio-Parts halt aufnehmen können. Sonst wird das halt zeitmäßig nichts. So krank, so krank, wirklich. Digga. Wir haben kurz noch sieben. Ich bin komplett destructed. War so ein richtig entspannter 22, 23 Stunden Tag. Aber wir haben die komplette Previsualisierung von dem kompletten Film gemacht. Das heißt, jeder einzelne Shot in dem ganzen Film wurde jetzt schon mal so skizziert. Das ist auch das Ding. Die haben das alles skizziert und uns ja so zugeschickt. Das ist ja auch das Verrückteste. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, die haben nicht einfach animiert und dann gesagt, hier, sprech dazu ein. Nee, nee. Die haben das previewt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so professionell gewesen, Digga. Da wirklich... Bro, Pixar Studio ist ein Urgroßvater. Geziermäßig... Ich erhöhe auf 30 Zentimeter plus. Der muss ein 30 Zentimeter-Jarak haben. Ich vorbereite, wie ihr hier seht, wirklich alles wirklich von den Mad-Bay-Shots über irgendwelche Diskussionsrunden. Wir haben die Diskussionsrunde auch nochmal so komplett neu überlegt. Die sieht ja ganz anders aus wie in dem Game. Und das war auch echt nochmal... Gut viel Arbeit. Ich weiß echt nicht, weil ich das letzte Mal eine Schnittpfeil hatte, die halt so aussah. Alter, ey. Einfach Julien-Babben-Video. Schlafen jetzt. Knapp vier Stunden geschlafen, es geht weiter. Denn wenn man ein paar bei dem Projekt nicht unterschätzen darf, neben dem ganzen 3D-Animieren, ist es Kommunikation. Es sind ja einfach noch acht Leute, die da noch... Das meine ich halt. Und diese ganzen YouTube-Affen, ich bin übrigens auch einer davon, Mario, sorry, dass ich so ein Arsch... war für dich, Digga. Hab da ein bisschen lang gebraucht mit dem Antworten teilweise. Ich... Und... ...noch mitmachen. Und die müssen alle heute ihre persönliche Version von dem Previous-Video bekommen, was wir gestern den ganzen Tag gemacht haben, wo ihr Text halt steht, den sie einspringen müssen. Das ist die größte Meisterleistung, ich schwör's. Wir YouTuber sind alle so dumm. Und dann an die ganzen Leute verteilen und denen erklären, was sie denn genau wie machen müssen, damit es klappt. Das wären viele WhatsApp-Nachrichten. Das Video ist auch so krank gut produziert. Ich verstehe. Wie schafft ein Mensch das, Digga? Wie schafft man das? Marius, gib mir ein bisschen von deiner Energie, Digga. Wir gehen noch 40 cm. Der hat den längsten Penis der Welt, wirklich. Alle müssen jetzt ihre Dateien haben, nur Knossi noch nicht, weil der noch nicht 100% safe ist. Ich hoffe, er macht jetzt noch safe mit, weil das wäre echt kritisch, weil wir haben ihn einfach mal auf gut Glück jetzt in das Drehbuch geschrieben, das jetzt umzuschreiben. Wäre stressig. Es gibt ein fettes Update und zwar haben wir hier die komplette Among Us-Scale-Karte den ganzen Tag lang heute umgebaut, sodass wir halt wirklich damit jetzt Animationen machen können. Wir haben zwar eine Basiskarte im Internet gefunden, aber da waren halt alle Texturen und teilweise hat auch Modelle und so nicht hochauflösend genug. Deswegen hat Pasi den ganzen Tag Modelle ausgetauscht, um die besser zu machen. Und ich habe den ganzen Tag Shader und Texturen, jede f***ing einzelne Texturen in diesem Laden habe ich ausgetauscht, dass die halt so schön detailart sind, wie man es hier sehen kann. Krank, krank. Das sind so Details, die fallen einem nicht auf. Wenn man jetzt einfach mal Among Us Google, die Charaktere und alle Artworks und sowas anschaut, was einem auffällt, ist, dass halt diese Außenlinien halt überall immer sehr präsent sind in dem ganzen Spiel. Deswegen haben wir jetzt jedem einzelnen Objekt hier in dem ganzen Laden auch so eine Outlines hier gegeben. Heute ziehen Pasi und ich uns noch mal richtig viel Charakter Animation rein, denn das ist das Ding, worauf ich am meisten Angst habe tatsächlich bei dem Projekt. Die Charaktere müssen sich so lebendig bewegen, weißt du? Also sie dürfen nicht so aussehen wie Puppen. Man muss wirklich glauben, dass sie lebendig sind. Das müssen wir alles per Hand animieren. Und auf so einem Level habe ich das halt noch nicht gemacht. Pasi auch nicht. Und deswegen, ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen. Aber immerhin, Knossi hat als Letzter so gesagt, wir haben jetzt wirklich den kompletten Cast. Ich verspüre sonst nicht so einen Druck bei den Projekten. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, schon Pressure ist da auf jeden Fall. Ich habe mal so eine Laufanimation gemacht, so die erste. So sieht der erste Test aus. Ich bin extrem happy. Ich finde, der läuft sehr, sehr flüssig und vor allem dieser Bounce, den er drauf hat. Diese ganzen kleinen Teile steuern quasi das Skelett vom Saal. Das ist halt das Ding, das ist so viel Detailarbeit, wirklich. Also ich schaue mir manchmal, ich fange mir voll gerne so Game Design Videos an und Animationsvideos. Das ist schon sehr, sehr, sehr fortgeschritten, was er da macht, Alter, ehrlich. Und damit wird dann quasi die Figur gesteuert. Das macht er nicht automatisch, das musste ich gestern alles aufsetzen, das nennt man Rigging. Und an solchen Basisanimationen arbeiten Leute abends noch ein bisschen, dass wir halt morgen auf jeden Fall richtig schnell die ganzen Shots durchballern können. Wir haben uns beide noch nie wirklich viel gespielt, nur mal gesehen. Zehn Videos so, Max. Ich hoffe einfach nur, dass wir keinen Gameplay-Fehler gemacht haben bei den ganzen das ist auch das Denken, es ist alles flawless und richtig. Skript, ne? Nehmen wir doch, Video dazu kommt morgen, bro. Aber Krossi hat gerade so seine ersten Aufnahmen geschickt. Ich war bei diesem Karten-Ding, Mensch. Geil. Sascha war's. Sascha ist es. Komm, hör auf. Sascha war's, sieht man doch. Hammer, optimal. Ich glaube, wenn die ganzen Stimmen jetzt auch noch da drin sind, wird es einfach übel geil. Marius hat mich gefragt, ob ich nicht eine Stimme spreche. Ach ja, genau, genau, genau. Ich möchte in seinem Among Us-Film Marius Fazit. Das hieß Lul, du wirst auf jeden Fall sehen. Danke dir nochmal. Jetzt nehm ich mal alle meine Lines auf. Oh Baby. Mämä, mee, 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 meee, meee. Ich hab mich bisschen eingesungen, damit man versteht, was ich da mache. Ich sehe, genau, fang mal an. Dieser schielende Penner. Oh nein, ich kann's doch mal nicht. Wer killt denn hier? Wer ist es? Wir müssen es rausfinden. Stimmt, Bro. Ich war zum Beispiel mit Rewi bei Storage Kabel machen. Ich war zum Beispiel mit Rewi bei Storage Kabel machen. Ich war zum Beispiel bei Rewi bei... Der Rotary kann nicht reden. Right, dann machen wir das Ganze nochmal. Ich war zum Beispiel mit Rewi bei Storage... Irgendjemand killt ihr Leute, ihr müsst es rausfinden, Freunde. Dauernd geht dieses bekloppte Schiff in den Arsch, Bro. Ich hab Sascha bei Electrical geholfen. Trimax war wieder komplett lost. Stimmt halt auch einfach. Trimax immer lost. Ah, okay. Revi geht gerade nach Navigation. Revi chill. Einfach deutsche YouTube-Kacke, Bro. Marius hat nicht so pfeifen. Ja, das wird auf jeden Fall nix. Boah, Antonia wirklich cringe. Einfach nur peinlich. Oh mein Gott, Marius, wenn du das später in deiner Making-of-Doku reinschneidest, das wird so cringe, Alter, weil ich hier einfach sitze wie dein letzter Cringer und esse hier meine Waterman-Sugar. Mhh, ah, ja. Boah, Digga, Simon, halt. Mann, Alter, ich bin immer hin- und hergerissen. Will ich Simon oben in die Fresse und ihn einfach nur drücken. Eigentlich würde ich einen Sohn in den Arm nehmen und von hinten draufschlagen. So. Ich hoffe, das passt alles. Ich glaube, dass ich's hab. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich hoffe, dass es passt. Danke schon an der Stelle, mein Güter. Kuss, 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 kuss. In der ganzen Hektik gestern, ne? Ja, und die wichtigste Sache eigentlich vergessen. Wann kommt denn der Scheiß-Film eigentlich raus? Und das Geile ist, Leute, der Film kommt heute auch raus, wo das Video hier rauskommt. Und zwar heute Abend um 20.15 Uhr gibt's die allererste Premiere hier auf dem Channel. Ich hab das vorher noch nie gemacht. Wir machen so eine richtige alte Premiere, wo wir alle zusammen live gucken können. Um 20.15 Uhr kommt der Film raus. Und ich will euch alle bei der Premiere sehen, ne? Zwar jetzt noch nicht, wie gut der Film wird, aber wir gucken uns den auf jeden Fall zusammen alle in der Premiere an. Yo, what up? What up, what up, what up, what up, what up? Das sind auch alles so Sachen, dass er das hier nochmal rausstrackt, dass er das reinschneidet, dass er das FaceTime-Ding mit aufnimmt. Immer verschiedene Kameraperspektiven. Jede Kamerasicht ist perfekt ausgeleuchtet und so weiter und so fort. Das ist wirklich einfach ein Anspruch an Produktivität und an Production und an Qualität. Das ist beispiellos. Das ist einfach beispiellos deutschlandweit. Das ist einfach so. Marius setzt sich hier quasi fast ein Denkmal. 50 Zentimeter. Der hat ein 50 Zentimeter, Jarak. Ich gehe weiter hoch. Kann man schon was hören? Der Bro heißt angeschrien auf YouTube. Angeschrien. Sub da rein. Oh, Vince. Vince auch so ein Ehrenbruder. Ich liebe ja auch Vincent Lee, Digga. Maschallah, Habib. Kuss auf dein Auge, Bro. Vince, ja Jause gemacht, ne? Legende. Ey, Vince, du hast dich mal wieder selber betroffen. Das ist ja eine fucking Serien-Intro. Killer. Ich freut mich, mega. Also Passi, Vince und Marius. Wenn euch die Musik interessiert, dann checkt euch über Vince vorbei. Der lädt auch direkt, wenn das hier rauskommt, sein Video hoch. Und Sounddesign kommt ja auch noch, denn das ist ja auch das Krasse bei Animations. Normalerweise bei normalen Filmen hast du ja immer schon irgendwie ein bisschen Sound mit, aber hier muss ja jeder Schritt wirklich einzeln vertont werden. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Da hab ich Spaß, ey. Ich bin hyped as fuck. Ich hab gerade eben die letzten Aufnahmen von Unheil eingebaut. Und jetzt sind alle Audioaufnahmen von allen Synchronsprechern ineinander geschnitten. So, als wenn es wirklich ein Gespräch von denen wäre. Digga. Obwohl keiner von denen wirklich miteinander geredet hat. Ich muss ganz kurz, Leute, ich muss einfach, ich muss Marius einfach ganz kurz anrufen. Ich muss den kurz anrufen und ihm sagen, wie sehr ich respektiere, was er da gemacht hat. Wartet ganz kurz. Was geht? Ey, Marius, Digga. Bro, warte mal. Warte mal, schau mal. Ich guck mal, ich mach mal kurz auf Videocall, Bro. Was ist los? So, warte, ich check mal. Hier sieht man irgendwo deine Nummer. Man sieht deine Nummer auf jeden Fall nicht. Ey, Bro. Fettesten Respekt von uns allen. Wirklich, Alter. Das ist... Ich muss... Ich schwöre dir, ich liebe... Ich liebe es, Bro. Ich liebe es, wie viel Liebe zum Detail darin steckt. Was für ein krankes Production Level dahinter steckt. Riesiges Shoutout an Vince, an Pasi, an dich, an den Dude, der da mitgeholfen hat bei den Animationen, dass ihr das zu viert plus das Video noch in einer Woche gemacht habt, Digga. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, Bro. Ganz ehrlich, Digga. Wenn ich mit diesem Video... Bro, wenn ich mit dem Video hier durch bin, wenn ich mit dem Video hier durch bin, Alhamdulillah, wir gehen auf 80 Zentimeter Schwanz. Ich sag's dir, wie es ist. Ey, das ist doch... Ich hab so mega ein Zepsi. Ich seh mich hier gerade selber. Wir gucken dich auf den Fernseher, Alter. Ach, wie funny. Was geht's? Nee, wirklich, Digga. Also, ich schwöre dir, riesig, riesig geil, dass ich dabei sein durfte. Ich bedanke mich auch mal, dass du mitgemacht hast und du warst tatsächlich der Zuverlässigste. Das war ein entspanntes Ding bei dir. Echt jetzt? Real Talk? Du warst... Also, bei dir war es super clean. Du hast gesagt, da mag ich das und dann hast du es auch gemacht. Oh, krass, Digga. Ich dachte, ich dachte... Du hast so die ein oder anderen Fälle, die ein bisschen stressiger waren. Jaja, reden wir nicht über Trimax. Das ist schon okay. Bro, also wirklich, Digga. 100 Zentimeter gehen wir drauf, Chad. Auf jeden Fall. Verrückt einfach nur. Ich find's crazy. Es hat unglaublich Spaß gemacht, dich das anzugucken, Bro. Und ich hoffe, dass das Ding krank durch die Decke geht. Und... Weil du hast es wirklich verdient. Ihr als Team generell, Mann. Wirklich. Ehrlich jetzt. Danke, danke, danke. 100 Prozent, Digga. Real Talk. Sagt das gerne. Wie gesagt, noch Vince, Passi und dem... Ich hab den Namen jetzt von dem Kerl nicht mehr, der geholfen hat. Danke, Bruder. Passi. Kuss auf dein Auge, Mann. Krankster Kameramann der Welt, Alter. Ich hab's krank, was dir abgeht. Digga. Ihr habt's verdient, Mann. Ihr habt's vollkommen verdient. Danke. Und möge das Ding, die Trends dominieren für Wochen. Jungs, ich... Ey, danke dir, danke dir. Ich hab ja noch... Ich hab ja noch ein Video, was ich mir unbedingt anschauen muss. Ihr werdet ja mitschauen, wie ich's mir reinziehe. Und wir hören uns. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Bis bald. Ciao. Hau rein, bis bald. Ciao, ciao. Und das mein ich halt, Leute. Marius ist ein so humble Guy. Und Passi genauso, Mann. Einfach nur super nice Typen. Super korrekte und begabte Leute. Freunde von mir einfach. Wirklich, das sind so Leute, auf die man so im Freundeskreis proud ist. Ehrlich. Die sowas auf die Beine stellen. Verrückt. Einfach nur verrückt, Mann. Krank. Das wird so geil, Alter. Und es ist geil geworden. Wir sind wieder zwei Uhr und wir sind immer noch dabei. Die beiden Rechner sind gerade Animationen am Rendern. Passi baut gerade noch an so einem Tidescreen rum. Es ist ein Projekt, das zieht sich über Nächte, Leute. Das ist unglaublich. Es ist halt super kräftig, weil wir nonstop halt lange wach bleiben, wenig schlafen, viel vom Rechner hängen, unsere Augen gehen mehr kaputt. Und das Ding ist, warum das so lange dauert. Blau-Filter, Bro. Ganz wichtig. Blau-Filter. Passiert halt nichts von selber. Bei jedem einzelnen Shot, den ihr seht, ist jede einzelne Bewegung von jedem Charakter, von jeder Kamera, von jedem Licht per Hand einzeln reingemacht worden. Ich glaube, diese WG, wo die beiden wohnen, das ist einfach die WG mit den weißen Schwanzzentimeter in ganz Köln. Und die sind nur zu zweit. Und es gibt WGs mit zehn Leuten in Köln. Das müsst ihr euch reinziehen. Das passiert nicht automatisch. Wir müssen alles wirklich einzeln per Hand bewegen. Das ist wirklich ein unfassbar aufwendiger Prozess. Dazu kommt halt noch jede Farbe, jedes Licht, jede Textur muss per Hand von uns rein platziert werden. Das heißt, es ist einfach total cool, weil ihr wirklich 100% nur Sachen seht, die wir wirklich bewusst da reingepackt haben. Und eigentlich wollten wir den Film ja nur drei bis vier Minuten machen. Es sind jetzt über 10.000 einzelne Bilder. 10.000 einzelne Frames, die aneinander gehangen werden und dann dieses Werk ergeben. Bro. Dieser Film besteht und der wird so knapp 7 Minuten und 30. Und das ist echt so fucking viel. Es ist so fucking viel. Und was man auch nicht vergessen darf, wir müssen ja all diese Bilder vom Computer noch berechnen lassen. Das heißt, diese Renderzeiten müssen wir auch mit einkalkulieren. Das hier auch nochmal so genannt, das einzukalkulieren, die Planbarkeit des Ganzen ist halt so schwierig, weil es könnte dann sein, dass ich dann ein bisschen was später abgebe oder irgendwer anders was später macht oder der PC länger braucht und es könnten Renderfehler auftreten oder, oder, oder. Und trotzdem haben die es einfach geschafft, das zeitnah mit diesem Making-of. Bro. Making-of-Video ist bei vielen Bands einfach nur. Legere Kamera auf. Wir gehen jetzt auf die Bühne. Das hier ist ein vollwertiges, hochwertig produziertes YouTube-Video. Zu einem krank hochwertig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kopfig. Das ist verrückt, man. Auf die verschiedenen Rechner verteilen, damit wir das überhaupt zeitlich schaffen. Das wird eins in die Trends gehen, ich sag's euch. Also wir haben jetzt bisher jeden Tag at least 16 Stunden daran gearbeitet, in manchen auch 20 oder so. Das heißt, ich denke, am Ende der Woche werden wir bei so entspannten 110 Stunden bis 120 Stunden so in einer Woche liegen. Ihr müsst euch vorstellen, so viel auch am Stück zu arbeiten, dass, das macht der, auf dem Level arbeitet Marius halt ständig, ne. Bin Pussy. Das ist genauso wie Thomas. Einfach nur am Grinden, am Outputten. Mann, Alter. Das ist richtig schön zu sehen, dass die sich das so aufgebaut haben. Dass die ja quasi, das waren ja zuerst Cutter von uns, ja. Und Marius hat ja für Ju richtig viel gearbeitet. Und das ist so schön zu sehen, so als Oldschool-YouTuber, so die New Generation ranwachsend zu sehen. Digga, da krieg ich Vatergefühle, Junge. Auf full No-Homo-Basis. Jetzt kommt die schwierigste Sequenz in dem... Waren beide schon immer überqualifiziert für den Job, den wir bei uns gemacht haben. Den ganzen Dingen, da hab ich mega Schiss vor. Zwar geht's darum, dass Ju halt rennt. Und wenn ihr mal so ein bisschen auf der Stelle rennt, seht ihr ja schon, wie viele verschiedene Körperteile sich richtig gut zusammenbewegen müssen, damit es halt wie Rennen aussieht. Sebastian Price und Pellikas, niemand, oh Draxus. Der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Dankeschön, Max. Was hat Max der Kasse? Eben gar nicht gesagt, danke für deine 5 giftes. Bin ich so ganz sicher, ob das schon reicht für die Szene, die ich machen will. Ich werd's jetzt erstmal probieren. Das Ding ist halt nur, ich hab halt auch nicht so viel Zeit noch zu testen, weil wir müssen halt... Also morgen muss halt fertig sein. Sprich, wir haben halt noch... Ja, wenn wir die Nacht komplett durchmachen vielleicht... 14, 15 Stunden Zeit. Und ich muss noch diese komplette Rennsequenz machen. Dann hier hinten noch einige Shots. Wir müssen noch die dicken Raumschiff-Shots einmal vom Ende machen. Die ganze Scheiß nur Rennern, die fehlt. Und eigentlich, Vince Sounddesign parallel irgendwie auch noch koordinieren. 15 Stunden Zeit dafür. Nicht irgendwie 2, 3 Wochen. Wisst ihr, was ich meine? Nächste Woche Part 2. Wenn ihr jetzt so dreistig nach Part 2 fragt, der arme Junge schafft das. Der würde das schaffen, der würde sich das noch zutrauen. Aber ich will das nicht für den. Ich will, dass der nächste Woche, soll der Sonntag ein Video hochladen, eine Woche gar nichts gemacht. Wie geht's mir damit? Und das soll der machen. Wisst ihr, was ich meine? Das wird knapp. Ich glaub, Schlaf wird schwierig passieren. Diese Movements dahinter, das Tracking, das alles. Digga, Marius einfach deutsche Pixar-Studios. Oh Johnny 8, oh Johnny 8. Dankeschön, Bro, für die Gifteds. Auch diese einzelnen, guck mal, das sind alles so Details. Ich weiß ja nicht, wie krass das Raumschiff gewesen ist, was er bekommen hat. Das Model quasi. Aber ich glaube, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ich glaub das ganze Light. Ich weiß nicht, ob der das auch noch hinzugefügt hat oder ob das schon dabei war. Also hier sind ja auf jeden Fall Lichtkegel, glaub ich, drin. Ich glaub, ich bin auch in dem Programm nicht so drin. Aber es wirkt so, als hätte er das auch noch alles hinzugefügt. Lichtpunkte und so. Das sind Kleinigkeiten. Vielleicht kann das einer aus dem Chat gerade sagen. Aber das wirkt so rund. Das wirkt so abgeschlossen. Das sind diese Blicke für den Detail. Wisst ihr, was ich meine? Das hat er, glaub ich, gemacht. Das mein ich nämlich auch. Das sieht nämlich hier so aus, als wär das Light. Er hat Light auf jeden Fall auf andere Art und Weise gefixt, Digga. Das Programm, was ist das? Das After Effects, glaub ich, müsste das sein. Ich glaub, da ist Marius groß geworden quasi. Das Raumschiff an sich ja auch von außen super schön designt und sowas. Ne, verschiedene. Sebastian Parizon, dankeschön für deinen Zap-Kuss. Ja, was soll ich sagen? Einfach nur verrückt. Ne, ist Blender? Okay, ist Blender, ist Blender, okay. Das ist ein Blender, so wie ein Typ, der ein Mercedes fährt im VIP-Leasing. Aka ich. Wir haben jetzt gleich wieder 0 Uhr. 4 Shots müssen noch komplett von 0 gemacht werden. Wir müssen noch Icons machen für die Abstimmung. Insgesamt 10 Shots rendern. Ne, mehr. Ich hab das Ending vergessen. 11 Shots dieses Ending mit dem Ending ändern. Wir werden nochmal richtig krank durchziehen müssen jetzt. Und das wirklich bis zum Ende zu schaffen, weil, ich hab gerade noch mit Vince geschrieben, Vince braucht auf jeden Fall morgen früh, wenn er aufsteht. Das heißt, wahrscheinlich steht Vince so gegen 9 Uhr auf oder was. Die final animierte Version, damit er das Sounddesign schafft. Oh krass. Das ist ja der finale Tag. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, Vince muss das ja auch noch alles runterlegen. Na klar. Und da muss er fertig werden, auch mit dem Sound. Und sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, wir müssen heute Nacht einfach fertig werden. Es gibt keine andere Option. Wir haben jetzt übrigens noch meinen Streaming-Rechner dazugehauen, weil wir haben gerade ausgerechnet, allein dieser Endshot von dem Raumschiff braucht vier Stunden zum Rendern. Boah, Digga, krass. Und wenn wir gleichzeitig noch arbeiten, dann wird alles nichts. Deswegen haben wir hier nochmal extra meinen Streaming-PC jetzt auch noch. Das heißt, wir rendern gerade vier Rechner gleich krassig, damit wir überhaupt irgendwas schaffen. Jungs, wenn ihr das nächste Mal was richtig fettes rendern müsst, ich hab doch diesen Biest-Rechner hier unten, der ist zwar gerade kaputt. Sagt mir Bescheid, ich lass alles stehen und liegen. Ihr könnt hier rendern, was ihr wollt, Digga. Müsst ihr euch vorstellen, Pixar Studios hat Renderfarm. Das sind einfach zwei Jungs, die machen das einfach zu Hause. Das ist einfach so verrückt, Mann. 20 vor drei, wir rendern immer noch. Das ist die perfekte Zeit für Marmorkuchen. Marius, bitte ernähr dich wieder gesund, Alter. Mach wieder Sport mit Jazz, bitte. Pasi, du auch, du Cracken. Jungs, bitte. Macht eine Woche lang gesunde Ernährung-X-Sport-Video, bitte. Eins, zwei, drei, vier Shots. Das sind noch drei Shots auf der Liste. Das heißt, sieben Shots müssen dann noch gerendert werden. Alle Shots sind aber schon animiert. Und weißt du, was krass ist? Man merkt richtig krass, wie wir über die Tage immer besser geworden sind in den Animationen. Umso später die Animation ist im Video, umso cleaner, besser, emotionaler ist die. Einfach, weil wir so viel gelernt haben jetzt über die letzten Tage. Viertel nach vier. Und das auch im Lernprozess dann noch. Ja, die letzte Frame vom letzten Shop mit dem Raumschiff hat jetzt gerade fertig gerendert. Zieh mir das Ganze jetzt mal rüber. Ich glaub's nicht, dass es jetzt wirklich die letzte Animation war, die wir rendern mussten. Alter. Das ist ja auch nochmal, wie gesagt, das ist ja auch nochmal ein 18-Minuten-Video hier geworden. Zack, zack. Ich bin schon wieder zu flüssig rausgebracht. Das ist so verrückt, dass die das alles hingekommen haben. Okay, let's go. Ich bin so gespannt. Erstes Mal. Alter. Leg mir immer schön. Dream Team, Dream Team, die beiden. Oh, richtig nice. Richtig gut, ja. Das hat voll gefunktioniert. Pasi ist so geft, Digga. Schaut ihn euch an, Digga. Hier sitzen 20 Kilometer Schwanz an einem Table. Ich hatte ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Ich find's so heftig zu sehen, weil wir sehen jetzt so viele Punkte noch, die man noch machen könnte. Ja, man hätte so viel noch verbessern können. So, 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 so viele Sachen hätte man noch aufgestanden können. Aber ich find tatsächlich, das macht den Charme voll aus. 11.500. Crazy, 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 bro. Jetzt renne ich dann einmal raus für dich, Vince. Und der kann dann jetzt in, ja, wahrscheinlich steht er so in vier Stunden auf. Kann dann direkt anfangen, die Musik final zu machen und Soundy sein. Denn es ist ja quasi schon der finale Tag gerade. Und das muss heute fertig werden. Wir gehen jetzt aber erst mal schlafen, Alter. Ja, safe, bro. Ey, was geht? Das sind auch wieder hier so im Video wieder diese Details, diese Blenden. So, das sind... Hier, dass sich das hier bewegt, der Hintergrund, die Among Us Schrift da, der Soundeffekt und so. Das sind alles diese kleinen Sachen, die das so rund und schön machen, dieses ganze Projekt. Ey, was geht? So, diese Animation, Black Homio, ey. Danke, danke, danke schön. Ey, ich bin so gespannt, was du Filmscore-mäßig machst. Allein dieses Team-Song war ja so geil. Und Sounddesign, das wird das Ganze genau am Next Level heben. Ja, sicher, ich will auch. Was glaubst du, wie lange brauchst du heute noch? Ähm, ich sag mal, mit Puffer, ja, 18 Uhr Uhr. Okay, 18 Uhr klingt nach dem Plan. Dann schaffen wir es echt in sieben Tagen mit Filmscore und allem drum dran, dieses Ding fähig zu machen. Ich glaub's, ich finde es. Krass, krass. Bis heute Abend dann. Ruf an, wenn du irgendwie Feedback oder sowas hast, ja? Nein, ich. Okay, ciao. Auch das Winster Sounddesign in einem Tag durchknallt, ist ja auch verrückt. Ja, oder hat das gedacht? Ja, mit 22.20 Uhr am 30.10. Winster hat gerade die finale Soundfall geschickt. Ich werde mir das erste Mal mit Sound und fertiger Animation das Ding reinziehen. Ich bin fucking hyped. Ich freu mich richtig. Vielen, vielen Dank an alle, die bei dem Projekt mitgemacht haben. Hey, vielen, vielen Dank an dich, Bro. Und als du sehr zusammenbleibst, Leute, heute. Um 22.15 Uhr kommt der fertige Film raus. Vielen, vielen Dank an dich. Falls du sprachst, verlinke ich den zum Ende. Ich bin fucking stolz auf das Projekt. Bis nächste Woche. Geil, 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 geil. Wir schauen mal ganz kurz, wie viele Views das jetzt schon hat. Ja. So, in 41 Minuten 122.000 Aufrufe. Das sind sicherlich 200.000 Aufrufe roundabout. Crazy. Verrückt. Einfach nur verrückt. Abonniert alle, angeschrien zu Tode. Wir schauen nach dem Stream nochmal rauf. 408.000 Abonnenten. Hier seht ihr es. 408.000 Abonnenten. Das sind 4.000 mehr als eben. Er hat es verdient. Rein in die Masse. Auf geht's. 408.000 Abonnenten. 408.000 Abonnenten. 418.000 Abonnenten. 418.000 Abonnenten. Vielen Dank.